Gut, dann geht's jetzt hier oben weiter. Doch, die kann ich befehligen. Nein, nicht auf den Dessert, mein Freund. Ihr seid doch blöd. Das töten sind meine Freunde hier. Und diese Rassendiskriminierung. Nicht auf Mutanten gehen, bitte. Gibt's irgendwo Tiberium? Bitteschön. Sollte es eigentlich geben. Ja, komm. Mach einfach. Wird schon nirgendwo geben hier. Ja, du bist doch blöd. Langsames, blödes Teil. Super. Ach, Mann. Das hält ja nett aus. Keine Chance. Hier ist sie zerstört, glaube ich. Warte klar. Juhu, Verstärkung. Ich liebe es, ich liebe es. Da ist... Ja, da ist Sibirium. Da kommen wir rein. Sehr schön. Hey, was wollt ihr mit den... ...gebäuden? Unterirdische Wohnung. Seid ihr noch bescheuert hier? Aaaaaah! Hilfe! Auf sie! Not Mods! Oh, scheiße. Ich bin arg angeschlagen. Was macht ihr da eigentlich? Was sollen wir? Umspannbär. Hier muss ich nie wieder hin. Ich muss jetzt zu dem... ...Stützpunkt von denen. Der hier oben irgendwo ist. Und letztendlich ist es... ...diese typische... ...Komaten-Konger-Strategie. Einheiten bauen und dann alle drauf. Anders ist das hier gar nicht machbar. Deswegen werde ich auch gleich, wenn ich... ...mit der Massenproduktion beginne... ...ein wenig... ...die Spielgeschwindigkeit wieder erhöhen. Bau abgeschlossen. Ja, komm. Irgendwie scheiße hier alles. Verstärkung ist eingetroffen. Wird gebaut. Ich mag Verstärkung. Sehr schön. Alles klar. Verschlafen! Wir wollen eine Kaserne aufstellen... ...damit wir endlich... ...Waffenfabrik bauen können. Den Menschen traurig nicht. Infanteristen sind hier... ...nutzlos. Zumindest sind sie nicht so effektiv... ...wie gescheite Maschinen hier. Stellen wir hier alles voll... ...dann sind wir sicher. Dann können wir die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Sonst dauert es einfach unnötig lange. Ja. Ich hörte eh, ist nur ganz selten mal angegriffen. Bau abgeschlossen. Ähm... Komm, lass doch noch länger dran. Ähm, einer reicht. Verstärkung ist eingetroffen. Wo? Zu wenig Geld. Wo? Verstärkung? Ach, ich glaub, hier waren so Feuerträufel... ...die wir geholfen haben, aber... ...die sind schon wieder weg. Ja, dann. Einheit bereit. Oh, nicht schlecht. Komm, sammelt auf. Einheit verloren. Was hat man da vorne denn vor spult? Ey, warum greift man die so arg an? Das wusste ich gar nicht. Sehr schön. Der Stützpunkt wird angegriffen. Aber sollte trotzdem so gehen. Einheit bereit. Hoffe ich doch stark. Auch wenn es jetzt ein kleiner Dämpfer war. Einheit bereit. Damit hab ich nicht gerechnet. Aber wenn ich hier alles zustelle, endlich. Wie ich es eh schon vorhatte. Dann sollte ich das auch funzen. Das würde echt ewig dauern, wenn man jetzt normale Geschwindigkeit hätte. Und das ist sehr, sehr langweilig. Besonders in einem LP. Warum kommt ihr jetzt so arg? Ich bin das gar nicht gewohnt. Einheit bereit. Das heißt, Schwierigkeitsgrad schwer, wie man sieht. Einheit verloren. Ja, komm. Scheiß drauf. Ey, wieso stoppt es ständig? Wird gebaut. Hier hat auch nichts mehr zu tun. Macht mir das Pause. Einheit bereit. Ey, die haben alles verkauft. Oder waren das meine Feuertreufe, die ich hier als Verstärkung bekommen habe. Wäre auch möglich. Ja, hier vorhanden. Oh, oh, oh. Einheit bereit. Da oben stoppen. Ich muss schon mal neu drauf drücken. Was soll denn das? Was war das, ein Ingenieur? Der hat die Brücke repariert, oder was? Zu wenig Geld. Einheit bereit. Ist mir blöd. Einheit bereit. Komm, ich füge mal ein bisschen weiter. Einheit bereit. Ist noch ein bisschen enger. Und noch mehr Tiberium. Ich glaube schon, wir haben noch einen Sammler. Einheit bereit. Warum nicht? Cyborg zur schnellen Erledigtheit. Damit es noch ein bisschen schneller geht. Ja, komm. Gestoppt. Lalalalalala. Der kostet 1400, oder? Ja. Ich wusste es noch. Sogar teurer ist ein Titan. Einheit bereit. Ist doch echt der Hammer. Ja, hier und ganz. Leider kein Blaustiberium hier. Einheit bereit. Vielleicht sehe ich hier keins. Mal ein bisschen umgucken. Einheit bereit. Da ist Blaust. Da ist Blaust. Warum machst du nichts? Depp. Ja, alle umlaust. So. So. Blaustiberium. Sehr, sehr wertvoll. Alles klar. Verschlappen. Erkunden. Was kommt? Wow. Die sieht man gar nicht. Ist ja gemein. Einheit verloren. Ja, super. Sir. Verschlappen. Ihre Anweisung, Sir. Dankeschön. Ja, Sir. Ey, stopp wieder. Wird geballt. Scheißteil. Sir. Einheit bereit. Hier komme ich bestimmt vor. Und heimlich stehle und leise durch die Hintertür in die feindliche Basis. Einheit bereit. Deswegen probiere ich das auch gleich aus. Sammelt mal schön. Einheit bereit. Dann können wir auch gleich in Angriff beginnen. Einheit bereit. Schon in normaler Geschwindigkeit. Das wäre das ja lame. Beziehungsweise schnell. Einheit bereit. Einheit bereit. Juppi. Bald sollte es reichen. Einheit bereit. Leider kann man hier noch keinen Sammelpunkt setzen, wie wir später zu machen kommen, ja? Einheit verloren. Scheiß. Einheit bereit. Infanteristen. Und Basucher. Klub. Einheit bereit. Das geht schön schnell. Einheit bereit. Ja, ja, ja. Das hier dann spannend. Oh, nee, was soll denn das? Ja, komm. Ich glaube, ich beginne einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann habe ich Pech gehabt. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, schießt ihn doch endlich kaputt. Warum dauert es denn so lange? Einheit verloren. So nervig. Einheit verloren. Zwei von den Typen machen 50 meine Leute kaputt. Einheit bereit. Das ist nervig, das ist unfair. Das ist der Schwierigkeit gerade schwer. Einheit verloren. Auf sie. Ich habe schon fast keine Leute mehr zum Angreifen. Einheit bereit. Die halten so viel aus. Gehe noch weg. Ja, komm. Wie dumm kann man sein. Geht hier oben hin. Ich greife von oben an. Einfach hier oben hin. Idiot. Das hast du jetzt verdient. Das hast du einfach so verdient. Mann, Mann, Mann. Ich glaube nicht, dass das schon reicht. Ich war jetzt einfach mal und gucke dann, ob ich Glück habe. Vielleicht klappt es ja. Ich warte nur noch auf meine Verstärkung hier. Ich bin Sammelfunkplätzen. Ich bin Sammelfunkplätzen. Geht nicht. Schade. Ich bin dann hier. Einheit bereit. Ja, ja. Was macht ihr eigentlich hier? Betretet euch bitte die Beine. Kommst du hier? Sehr schön. Ach man, ich hasse diese Fische, die Cyborgs, vielleicht lassen sie mich ja in Ruhe, aber das wäre Wunschwinken, oder? Ja okay, wenn ich sie angreife, ist es keine Wahl, wenn die einfach von selbst angreift, was ich euch gar nicht befohlen habe, ja kommt, dann macht es doch selber, jetzt habe ich meine Hand irgendwo zurückgestreckt und gucke einfach zu, wie die kämpfen, sie machen es ja davon alleine, aber nicht besonders gut, naja dann probiere es einfach mal, no risk insofern, so groß ist die Basis jetzt auch nicht, immer zuerst auf dem blöden Lasertour, alles andere kann hinten anstehen, ach ich mag diese Dinger nicht, Einheit verloren, ich habe noch keinen einzigen von denen zerstört und die haben schon 50 von meinen Leuten, das ist ein Witz, so ein Witz, kommt drauf, Verstärkung, Einheit bereit, Einheit verloren, so ein Witz ist das, ich habe keine Chance, naja, das klappt es ja, ich würde gerne zumindest ihre Waffenhubrik zerstören, damit sie eine neue nachbauen können, er kommt ein bisschen schneller, ich habe so viele Titans, die können gar nichts, es geht sehr eng, die Kiste hier, ja hallo, Einheit verloren, boah man, echt ein Witz, was macht denn der eigentlich jetzt, und der, und der, Idiot, ich habe mich gar nicht mitgenommen, Einheit bereit, ja komm, mach die Kaffnerin kaputt, Einheit verloren, ist nicht schön, aber es sollte reichen, knapper Sieg, aber ich habe irgendwie keine Chance mehr, es sei denn irgendwas unvorhergesehen passiert, sie kriegen noch Verstärkung oder Luftangriffe auf mich und sowas, aber nee, das glaube ich nicht, Sammler können mich nicht bedrohen, sie könnten nochmal den Infanteristen überfahren, deswegen kann man da ein bisschen drüber wegsehen, ey, ich habe mich selbst kaputt gemacht, super, ganz toll, ich liebe es, wo wird die Waffenhubrik weg, solange es noch geht, wenn ich Glück habe, verkaufen sie danach alles, dann muss ich nicht alles kaputt schießen, das wäre sehr hilfreich, zeitlich gesehen, keine Chance, jetzt noch schnell den wir zerstören und dann die Kaserne, die Hand von Nord, passt schon, wo ist der Bauhof, die müssten doch einen haben, oder, irgendwo muss er hier noch stehen, ja da ist er, ich sehe ihn, ich sehe ihn, wenn ich den weg habe, dann haben sie keine Chance mehr, auf ihn, wieso kriegst du eigentlich kein Geld mehr, warum stehst du da so blöd rum, du, lass doch erst mal den ausladen und dann kommst du, warum so unorganisiert, das ist ja unverständlich, sie verkaufen nix, scheiße, sie wollen kämpfen bis zum letzten Mann, bis zum letzten Gebäude, das kann eine Weile dauern, jetzt vielleicht, nein, wie ist das, genau das, jetzt muss ich sogar wirklich gehen, der kommt aus Bilde eigentlich, ich hatte doch gar keine Raffinerie mehr, der kann doch hier gar nichts machen, jetzt will der mich die heimlich handgreifen und zerstören von hinten, aber das schafft er auch nicht mehr, ich habe keinen Wehrwolf mehr, sehe ich gerade, gegen Infanteristen natürlich nicht so geeignet, doch, ich habe Wehrwolf, sehe ich jetzt, einen gelben, also gelb von der Gesundheitslage her, und wo ist der Typ, da ist er, ich sollte ihn angreifen, ich sollte ihn angreifen, ich habe keinen Streisammler und null Credits, das kann man doch nicht irgendwie sinnvoll erklären, na toll, wer muss gleich weg, super, nur auf die Tarn, die sind verloren, laaaack, ey, wann wir kaufen die nicht, das würde uns auch allen helfen, das würde uns auch allen helfen, ich hoffe nur, ich muss diese Zäune nicht noch kaputt schießen, das wäre echt unnötig schon in Länge gezogen, das wäre, das wäre, das wäre, also, das wäre einfach nur lächerlich, zu wenig Geld, Einheit bereit, es ist echt unschön jetzt, so lange noch rumzuschießen, obwohl keine Gefahr mehr besteht, der Korb, dann greife ich mal den auch noch an, ob es schneller geht, alle auf 1, aber warum habt ihr jetzt irgendwas vergriffen, greift doch gar nichts, hier ist noch ein Laserturm, blöd, Einheit bereit! Wenn er noch einen Sternkückel erledigt, glaube ich, sogar selbst auch, aber das schafft er nicht mehr, sehr unwahrscheinlich, Einheit bereit, easy befehlen! Na gar nicht mehr nötig, ich bin schon durch, die Mission ist erledigt, Kommt schon! Ey, nicht da rum! Ja komm, dann! Da ist noch Lasertürung, glaube ich, aufpassen! Ja, okay, mach doch schon den alten Weg, Idioten! Mir ist scheißegal! Interessiert mich nicht, was jeder meint! Haupttäusch gewinnen! Boah, noch mehr Leute! Was haben die alle da gemacht? Was haben die alle da gemacht? Echt genial! Die paar Leute tun mich jetzt noch vernichten! Sehr schön! Geiles Geräusch, das ist neu! Okay! Ist auch durch den Patch wahrscheinlich gesponnt! Ihr könnt nichts, ihr scheiß Wehrwölfe! Das ist doch nicht zu glauben! Einheit bereit! Noch mal Einheit! Sehr schön! Alles klar! Alles klar! Hehehehe! Voll repariert! Ist das ein Witz? Einfach nur ein Witz! Einheit bereit! Zum Mäuse melken! Er kommt, geht erst mal auf die Gefahr und dann auf die... ...ungefährlichen Gebäude! Ah, es geht voran! Ah, es geht voran! Fühlt ja noch repariert, aber... ...keine Chance mehr! Einheit bereit! Dann sollte das gleich erledigt sein! Sie haben keinen Strom mehr! Einfach nur schnell! Sehr schön! Gut auf Zeit! Einreich bereit! Einreich für euch! Nein! Wir sind erledigt! Wir sind erledigt! Wir sind erledigt! Wir sind erledigt! No! Ja komm, macht doch erst den Kerbotz! Sie haben keinen Strom mehr! Sehr schön! Ja, sehr schön. Möglicherweise ist es auf der Lasertürme nicht mehr produktionsfähig. Deswegen tue ich mich mit Freunden jetzt an die Rehaeranwahl. Ja, und ich glaube, ich werde diesmal nicht kurz vor dem Ende speicheln und Schluss machen. Weil ich nämlich nicht genau weiß, wann es endet hier. Nach dem Kraftwerk oder erst, wenn ich alle Einheiten zerstört habe. Null Ahnung. Dann speichere ich erst beim Anfang der nächsten Mission. Wenn ich irgendwann mal hinkomme. Super, ich glaube, fast es könnte sogar eng werden. Ich hoffe nur, ich muss diese ganzen Zäune nicht zerstören. Das wäre echt mies. Erstmal das hier. Einheit verloren. Boah. So eczemiert hier. Einheit verloren. Ein Witz. Ein köstlicher Witz. Einheit bereit. Ich lache mich tot. Einheit bereit. Oh, sie können auch schießen. Warum auch immer. Wir haben keinen Strom mehr. Sie können mit Sonnenenergie schießen. Solarbetriebene Lasertürme. Wonderful. Hat mich besiegt. Genial. Das könnte sehr eng werden, ne? Einheit verloren. Bla 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 bla. Gewonnen. Jetzt müsste es eigentlich... ...weil von zu Ende sein. Das ist doch echt unnötig gemacht worden hier. Mit so einem kleinsten Rest hier kaputt schießen. Boah. Einheit bereit. Immer noch nicht. Neue Befehle. Gar nicht befehlen. Ich sag's euch, wenn ich jetzt auch diese Zäune hier kaputt schießen muss, dann... ...schlag ein Stück muss kaputt hier. Einheit bereit. Zu wenig Geld. Dann werde ich mal ganz... ...angesäuert hier... ...das LP beenden. Für heute zumindest. Komm schon. Trahtos ist befreit. Nord ist geschlagen und ist immer noch nicht zu Ende. Wahrscheinlich muss ich den auch noch... ...zerstörend, bevor es... ...entspendet werden kann. Kommt schon. Keine Lust mehr. Feindliches Gebäude. Ein feindliches Tor, aber kein Gebäude. Einheit bereit. Verstafften. 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 Alles klar. Gut, wie erledigt. Es sieht irgendwie danach aus, als ob ich... ...tatsächlich... ...ich glaube, ich muss den ja auch besiegen. Macht es einfach. Macht es einfach. Einheit bereit. Sehr traurig. Verstafften. Traurig wie unbegreiflich. Oder hier ist noch irgendwo ein Gebäude. Das wäre ja auch möglich. Aber es sieht mir nicht so danach aus. Verstafften. Einheit bereit. Das ist ein Mist. Supi. Dann werde ich jetzt aber gleich... Ja, okay. Ich mach's jetzt. Spiegelgeschwindigkeit erhöhen. Schön, dass es dies hier wirklich ist. Sehr schön. Zu wenig Geld. Ich muss alles kaputt machen. Tatsächlich. Das ist ein Witz. Ein riesengroßer Witz. Ich könnte... ...die Spielentwickler gerade mal verprügeln. Die wollten nur, dass das alles länger dauert. Dann können sie sagen, wir haben ein Spiel mit 200 Stunden Spielzeit entwickelt. Yeah. Das kostet jetzt 30 Euro mehr. Eine Frechheit ist das. Einheit verloren. Jetzt will ich schon noch einretten durch mein eigenes Feuer. Das kennen wir ja schon. Ein dreckiger Witz ist das. Ich erfreue mich die Entwickler jetzt, weil ich darauf reingefallen bin. So, wieder normal. Ich probiere es einfach aus. Vielleicht ist ja immer noch das Ende. Das wäre jetzt typisch. So, lasst uns die letzten Sekunden genießen. Ironischerweise. Und dann war's das. Bitte schön. Dankeschön. Was ein Scheiß. Wow, was sind das für Fische. Die Ockerjäger, glaube ich. Aber sie werden abgeschossen. Nooiin. Oh no. Nein, sie werden nicht getroffen. Yeah. Voll unlogisch, weil ich gar keinen Ockerjäger hatte eben. Vielleicht hätte ich sie ja bauen können. Ich habe gar nicht geguckt. Aber ich glaube eher nicht. Die kommen jetzt irgendwann später, meines Wissens. Halbe Stunde. So, dann gucken wir uns die Videosequenz an und spinn still. Bis gleich. Er ist noch bewusstlos, aber er wird's überleben. Wenn er lang genug lebt, um mir zu sagen, wo Vega ist, reicht mir das. Lieben Sie denn gar nichts? Ich liebe es zu gewinnen. Wir sind fertig miteinander. Was ist los? Nein. Nein. Es ist ein Pentose. Eine Vision. Gane hat den Tacitus. Gane hat den Tacitus. So, da haben wir also zum ersten Mal vom Tacitus gehört. Der große außerirdische Tacitus. Welche Wilden so nehmen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Die großen Staudämme, die Vegas Stützpunkt mit Strom versorgen, befinden sich in diesem Sektor. Ihre Zerstörung würde dieser Basis zeitweise die Energie entziehen. Wenn Sie seine Inselfestung angreifen, bevor er neue Generatoren installieren kann, ist Ihre Aufgabe entschieden leichter. Sie können den Staudamm zerstören, indem Sie die beiden Regulatorstationen im Sektor ausschalten. Luftunterstützung durch GDI-Flugzeuge ist nur verfügbar, wenn Sie das Ziel identifiziert und einen Weg zur Kontaktaufnahme gefunden haben. Das hier klingt mir sehr nach der Hilfsmission, aber die klingt auch sehr interessant. Mal gucken, was hier steht. Vegas Stützpunkt liegt versteckt auf einer Insel in diesem Sektor. Es wird schwierig hineinzugelangen, denn es führt auf dem Landweg nur eine Route dorthin. Die besten Chancen haben Sie mit einem amphibischen Truppentransporter, mit dem Sie direkt auf der Insel landen und Vegas' Verteidigung unterlaufen können. Sobald Sie auf der Insel sind, zerstören Sie Vegas' Anlage und sein Befehlszentrum. Ich glaube schon auch, daraus ist die Hilfsmission. Die scheint mir doch entschieden, jedenfalls zu sein. Aber zuerst werde ich jetzt natürlich wieder speichern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.